Yo, servus und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. So, heute ist Update rausgekommen für Android, heißt ihr könnt euch endlich auch downloaden. Wenn ihr wollt, könnt ihr meinen Link unten in der Beschreibung nehmen. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn ihr eben den benutzen würdet zum Downloaden. Wird mir persönlich auch was bringen, dann könnt ihr vielleicht auch mal wieder ein Gewinnspiel oder so raushauen. Und, yo, paar Promo-Codes für die ersten Anfänger für Android werde ich unten noch in die Beschreibung reinhauen. Also, ähm, werden euch hoffentlich weiterhelfen. Und ich würde sagen, wir machen hier jetzt noch einfach ein Fight. Ähm, Schlachtzug, königlicher Schlachtzug mache ich im nächsten Video. Und hier Hort, Hort, Hort des Schweinschwindlers, okay. Oh, noch nie gehört. Ähm, werde ich dann auch im nächsten Video mal dran bringen. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir hier noch einen nächsten Fight. Das ist schon bei der Siegesserie 5. Ähm, ist für mich schon relativ hoch, also relativ ungewöhnlich hoch. Denn soweit komme ich persönlich normal nicht mehr mit meinen Truppen, weil die einfach noch ein zu schlechtes Level haben. Jetzt habe ich hier wieder ein Festung 11. Ich bin zwar auch Festung Level 11, aber, ähm, ich kann meine Truppen nicht hoch machen, weil ich einfach, ja, nicht so viel Zeit habe zum Farmen momentan. In Ferien, früher war das noch deutlich besser. Und, jo, kommt schon. So, der Mienwerfer muss zerstört werden. Oder der Katapult. Oh, perfekt. Und dann kann ich nur hoffen, dass wir gleich mit dem Drachen, dem seinen Rathaus dann noch mitnehmen können. Werden wir hier einfach alles mal kurz kosten. Perfekt. Ah, holen wir die hier noch schnell raus. Vielleicht können wir noch das Gold mitnehmen. Jawohl. Äh, wo ist denn sein nächstes Goldlager? Hier. Nehmen wir auch noch mit. 59.000. Ey, bei dem haben wir richtig viel Gold geholt. Äh, gibt es denn sonst noch irgendein Goldlager? Jo, hier. Oh. Oh, das war knapp, dass ich den noch gefrostet habe. Perfekt. Was will man mehr? Guck mal, wie viel Gold wir noch geholt haben. Über 100.000 Gold. Und 8 Ringe, 2 Ehre. Ja, mit bisschen für den Arsch, aber egal. So, das war's für das Video. Bisschen akkurs. Ich wollte euch eigentlich nur wissen lassen, dass es für Android jetzt eben draußen ist. Und ja. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020